Ihre Meinung ist gefragt. Jetzt will es der Berliner Senat wissen. Auf berlin.de kann man seit dieser Woche darüber abstimmen, wie sinnvoll olympische Spiele für die Hauptstadt sind. Der Nachteil, der Senat fragt nicht, ob die Berliner Olympia überhaupt wollen, sondern er fragt, was machen sie, wenn die Olympia da ist. Es geht ja nicht immer um die Kardinalfrage, ja oder nein, sondern es geht erstmal darum, sich überhaupt mit dem Gedanken Olympia in Berlin vertraut zu machen. So ist letztendlich auch unser Fragebogen zu verstehen. So ist letztendlich auch unser Internetauftritt zu verstehen als einen ersten Schritt in Richtung möglicher Olympia-Bewerbung. Ich betone, wir sind im Vorfeld einer solchen Bewerbung. Nichtsdestotrotz, mit neuen Fragen kann man sich vorab schon mal damit warmlaufen. Der Senat sieht dies als Teil eines mehrstufigen Beteiligungsprozesses. Mehr dazu auf berlin.de.